Die wichtigsten Themen für die Prüfung sprechen B2. Selbstständig Arbeit Vorteile Flexibilität bei den Arbeitszeiten Man kann selbst entscheiden, wann und wo man arbeitet. Kein direkter Vorgesetzter Man ist sein eigener Chef und muss sich nicht nach anderen richten. Potenziell unbegrenztes Einkommen Das Einkommen hängt von der eigenen Leistung und den gewonnenen Aufträgen ab. Persönliche Entfaltung Möglichkeit, eigene Ideen und Visionen umzusetzen Direkter Kundenkontakt Man baut eine engere Beziehung zu seinen Kunden auf. Weniger Bürokratie im Vergleich zu großen Unternehmen Es gibt oft weniger Verwaltungsarbeit. Entscheidungsfreiheit Man kann Entscheidungen schneller und ohne lange Abstimmungsprozesse treffen. Unabhängigkeit Man ist nicht an feste Strukturen oder Hierarchien gebunden. Nachteile Unsicheres Einkommen Das Einkommen kann variieren, je nachdem wie viele Aufträge man bekommt. Hohe Eigenverantwortung Man muss für alles selbst verantwortlich sein, von der Buchhaltung bis zum Marketing. Keine sozialen Leistungen Man muss sich selbst um Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter kümmern. Schwierigkeiten bei der Work-Life-Balance Man könnte Schwierigkeiten haben, Arbeit und Privatleben zu trennen. Startkapital notwendig Um selbstständig zu werden, benötigt man oft ein Anfangskapital. Risiko des Scheiterns Nicht jedes Geschäft oder Vorhaben wird erfolgreich sein. Ständige Weiterbildung notwendig Man muss ständig auf dem Laufenden bleiben und sich weiterbilden. Emotionale Belastung Der Druck und die Sorge um das Geschäft können stressig sein.